Ich bin Elektrotechniker. Ich mache Licht, da wo es sonst dunkel ist. Das ist mein Job. Was ich an meinem Beruf mag, dass er so viele unterschiedliche Facetten hat. Jeden Tag das gleiche machen, das könnte ich nicht. Und vor allem nicht 35 Jahre lang. Da wäre ich ja alt geworden. Mein Name ist Thomas Huber und ich bin Elektrotechniker mit Leib und Seele. Inhaber der Firma Aberl in Grünzell bei München. Mit Licht zu arbeiten ist für mich immer wieder ein Highlight, weil die Möglichkeiten einfach wahnsinnig groß sind. Ich kann mit moderner LED-Technik locker 50% Energie sparen. Heute geht da aber noch viel mehr. Ich kann Licht richtig smart machen und unterwegs steuern mit dem Handy oder dem Tablet. Und ich kann aus einem Raum einen Ort machen, in dem sich Menschen wohl fühlen. Als Elektrotechniker bin ich aber nur so gut wie mein Material. Und bei Leuchten habe ich einen ganz klaren Favoriten. Das ist Osram. Für mich das beste Profi-Portfolio im Bereich Allgemeinbeleuchtung. Weil die Qualität immer überzeugt. Weil ich weiß, es funktioniert einfach. Und das ist nicht bei jedem Hersteller so. Ich weiß, wovon ich rede. Letztendlich will ich immer nur das Beste für jeden Kunden. Der soll einfach gerne sein Licht einschalten. Und das mache ich möglich. Licht kann ich. Mit Osram. Mit Osram. Mit Osram. Ich verstehe das Beste. Bei uns dabei.